Liebe Weinfreunde, heute möchte ich euch einen Bordeaux vorstellen aus dem Medoc, einen ganz klassischen Vertreter aus dem Hause Noaillac. Dieser Wein ist denifiziert worden aus 55% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon und 5% Petit Verdot. Die 55% Merlot sagen schon oft, dass es sich um einen etwas weicheren Vertreter handelt, bei dem die Gerbstoffe sich schon ein bisschen erweicht haben und die Tannine schon sehr geschliffen sind. Dadurch bekommen wir beim Noaillac Bordeaux einen sehr schönen, weichen, runden, samtigen Wein, der in der Fruchtkomponente sehr stark die klassischen Cassis-Aromen bedient, der auch etwas Waldbeere und einen ganz kleinen Hauch Himbeere zeigt. Zum Wohl! Zum Wohl!